Brötchen aus dem Backrofen. Ja, wie geht der denn auf? Hier musst du drauf, hochdrücken oder so. Fruit Tyrant? Ja, und dann ziehen. Jetzt geht das Video schon fast zu lang. Ja, das geht nicht. Ich hoffe, du musst das so machen. Ja, dann lass mich das doch so machen. Oh! Ist da ein Brötchen drin? Ein Brötchen ist hier drin, ja. Und, was ist denn das? Was ist das? Ich seh gar nicht. Das ist, glaube ich, ein Booster. Nee, ist das ein Booster? Hier ist ein Booster drin. Heftig. Abgefahren. Sollen wir den aufmachen? Mach mal auf. Mach mal auf. Nein! Wer weiß, was ist denn... Ein Booster? Ein Booster? Was ist da drin? Keine Ahnung. Äh, ist ein Magic Karten drin. Ist das ein Rare? Ist das ein Rare, oder? Ja, die sind immer schwarz. Ja. Shoulder to Shoulder. Goblin Freerunner. Coselec Translator. Der übersetzt dir die Karten. Oh, der ist voll schön. Schön rund. Ja, wenn du From Nothingness... Ja. Oh, jetzt ist das Video schon vorbei. Was? Schon vorbei? Schon vorbei. Aber es ist eine Mystic. Eine Mystic! 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 Vielen Dank.